MEFA – Schalung einfach clever Bewegungsfreundlichkeit und optimierten Handlingseigenschaften. Die MEFA-Deck ist vielseitig, kompatibel mit den MEFA-Traggerüsten und bietet drei Deckenschalmethoden in einem System. Die Fallkopfträger-Elementmethode, die Elementmethode und die Haupt- und Nebenträgermethode. Die Haupt- und Nebenträger, kurz HN-Methode, besteht aus vier Komponenten. Haupt-Trägern, Nebenträgern, Stützen mit Fallköpfen und einer frei wählbaren Schalhaut. Dank Fallkopf bietet die HN-Methode den Vorteil des Frühausschals. Für eine kraftschlüssige Verbindung wird der Fallkopf an die Stütze gesteckt und mittels Sicherungsstift arretiert. Für besondere Anwendungsfälle kann der Fallkopf auch mit der Stütze verschraubt werden. Das leichtgängige Gewinde der Eumax-Stützen ermöglicht ein einfaches, millimetergenaues Einstellen auf die richtige Höhe. Die Nebenträger lassen sich bündig, also mit der roten Nagelleiste nach oben oder um die Schalhauttiefe abgesenkt, in die Hauptträger einlegen. Sie können dort stufenlos verschoben werden und sind sofort zur Aufnahme der Schallplatten bereit. Durch Festnageln werden die Schallplatten gegen Verrutschen gesichert. Durch einen Wechsel der Hauptträgerrichtung kann die Deckenschalung unkompliziert an nicht rechtwinklige und runde Grundrisse angepasst werden. Mepa. Schalung einfach clever.